Wer hat mich überhaupt entdeckt? Nochmal von vorne. Aber diesmal direkt da hinten rum. Komm. Berserker. Da. So. Greif den nächsten an. So. Er sieht mich nicht. Langsam. Was ist los mit dem? Mach. Mach. Schönen. Schönen. Kann ich pfeifen? Der hat sich doch hier hingelegt. Was hat der dabei? Der liegt da, der ist auch tot, jetzt brauche ich nur den einen. Das Ziel ist zu weit entfernt, dann komm her, wieder komm du her, ist mir scheißegal. Ja, bekämpft euch mein Schirr. Brav gemacht. Der läuft weg. Ich kann rein. Kriege ich denn den? Was war denn jetzt los? Okay. Haltet sie! Haha! Oh! 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 Ich schätze, ein Verhör kommt jetzt wohl nicht mehr in Frage. Es gibt schnellere Wege, die Wahrheit zu finden. Und die wäre? Eine Zelle aufschließen. Schön. Erstmal Kiste holen. Erstmal die Kiste holen. 750 Geld. Heißt das, wir gehen nicht an Bord des Arbeitsschiffes? Arbeitsschiff? Wohin soll dieses Arbeitsschiff segeln? Weg von dieser erbärmlichen Kolonie. Mehr weiß ich nicht. Also gut, raus mit euch. Kommt mit mir! Ich werde in diesem verfluchten Land sterben. Habe ich nicht recht. Aveline, mach dich jetzt besser rar, bevor dir noch mehr Dankbarkeit entgegengebracht wird. Ich bringe diese Leute zurück nach Sans-Danger. Okay. In der Früh steckt fast in den Flächen, die er nur selten verlässt. Ja, vielleicht verlässt ihr die ja etwas öfters, wenn wir den Besuchen kommen und so weiter, ne? So, ich muss jetzt Zeugen eliminieren. Ähm, ja, ich würde sagen, das war auch mal wieder eine Stunde Aufnahmezeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und, ähm, ja, haut rein!